Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu unseren ersten Full Champions Rewards. Ja, Freunde, wir haben heute wieder den frühen Morgen am Start. Und es gibt das erste Mal die Full Champions Rewards. Der N.E. hat sage und schreibe 28 Siege geholt, heißt Elite 1. Ja, bei mir, äh, ich würde jetzt sagen, ich muss ja noch das 3er Team of the Weeks halt abstoßen, deswegen werde ich das hier einfach gar keins holen. Ja, ich hab halt 22 Siege geholt. Ja, machste nix, ne? Passiert. Aber wir sind nochmal gut davongekommen vom 3er Set, ne? Aber eigentlich wäre es jetzt angebracht bei dem Team of the Week, aber das ist nicht das Gelbe vom Ei, wie wir gerade sehen können. Das ist nicht das Beste. Wir haben Werner, wir haben Rashford, aber sonst ist es sonst noch Großes dabei. Ich glaube, viel mehr ist gar nicht. Und die Pies ist noch dabei, 90K. Das war es aber auch schon. Aber kein richtig dicker Fisch, das ist ziemlich schade. Ich bin mal gespannt auf seinen Lack heute, was da rauskommt. Würde ich sagen, Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Holen wir ab, oder was? Ja, Mann, lasst einen Daumen nach oben da für die ersten Rewards, Freunde. Nehmt den Like-Button auseinander. Und ich würde sagen, wir holen uns erstmal die Rivals Rewards ab. Genau. Untauschbar. Oha! Muss ich ehrlich sagen? Ey! Ja. Ich bin in Rang 1 gekommen. Ich hab 225 Carpacks. Wie geht das denn? Weiß ich auch nicht, ey. Mit der Weekend League. Krass. Hans 1? Ja, ich hab zwei Megapacks untauschbar und 225 Carpacks untauschbar. Oha, wie hast du das denn hinbekommen? Ich weiß, ist es nicht, Digga. Dann würde ich sagen, geh mal rein. Megapacks. Komm schon, Hertha. Jetzt kommen dicke Packs, Leute. Ersten Rewards, die werden es knallen. Direkt Walkout, komm. Nein. Aber der kommt nicht mehr raus. 35 Carpacks. Was ist das denn? Meiner auch nicht, Mann. Aber er ist blau. Boah, Doty. Oh, blau Doty. Das ist, guck mal lieber da drauf. Ja, Pegador, Junge. So, zweites Megapack bei mir. Komm schon. Mir auch. Hör mal. Gib mir jetzt einen Walker. Let's go ride it. Oh, schwach. Was? Oder kommt immerhin raus. Bitte Frankreich. LV. Ah, schon wieder. Argentinien. LV. Acuna Matata. Acuna. Ey. Bro, boah, erzählen, was geht ab, Mann. Meine Rewards sind einfach die besten aller Zeiten. Immerhin. Chalim, bye. Okay, Leute, jetzt haben wir noch meine 125 Carpacks von dem Rang. Die anderen zwei, die öffne ich heute nicht. Lama mit Rump, Alter. Ich öffne die nicht. Guck mal hier, 125 Carpacks, 30 Spieler, leider untrained. Meiner kommt raus. Oh, du öffnest schon. Okay, komm. Dann öffne ich wieder. Deutschland, ZM, Torwart, Baumann. Gönn Walkout, bitte gönn. Ja, Walkout. Let's go. Erstes Pack, direkt Walkout. Und Frankreich. Stürmer. Nein. Ich hab's gewusst. Bassa. Ja, Grießmann. Tor. Ey, wer ist so ein Mbappé, Digga. Wie krank wäre der gekommen, ey. Direkt meinen verkaufen. Oh, shit. Wie das hart. Boah, aber ich hab... Ich hätte auch nicht gerechnet mit einem Mbappé jetzt hier. Und, was haben wir noch drin? Oh, Doppel-Workout. Laporte noch drin. Ayaspas. Ago, Ayaspas. Adama Traoré auch noch drin. Oha, was ist das für ein Pack, Mann. Bro, ich komm mir vor, wie der größte Penner mit meinen Drecks-Packs hier. Ja, das Pack. Ich leg mich gleich unter die Brücke. Oh, noch Semedo, tauschbar, äh, untauschbar noch drin. Bruder, das ist auch nochmal 30. Was? 40 Kampel. Weil alles was wert ist, wenn du da einfach 30 Spieler drin hast. Ich sag, es kommt kein Walkout. Und es kommt ein Walkout. Let's go. Argentinien. Stürmer. Agüero. Sergio Cun Agüero. Oh, was ist das, Mann? Ich will es hier aufmachen. Agüero, nehmen wir mit, Leute. Nehmen wir mit. Leider am Trader, aber... Diese Perle, die einfach nur nebenher läuft, weil sie gut aussieht. Dabei seh ich nicht mal gut. Oder was geht denn hier ab? Warte mal. Oho. Ui, ui, ui. Was ist das denn alles? Ey, ich zieh back-to-back Semedo, Alter. Ich kann ihn jetzt abstoßen, Alter. Äh, Stoß ab, weg. Gib mal rüber. So, for Champions, I am ready. I am ready. 200 Kampacks. Oha. Erstes Mal, guckt euch das an, ey. Erliebte eins. Oha, die Playerpicks, voll vergessen. Boah, was gibt's denn hier alle? Ich hab auch 200 Kampacks, zwei Dreier-Sets. Verdammte Scheiße, ey. Oha, jetzt bin ich noch bei den Playerpicks. Du hast drei, ey. Ja, ich hab auch drei Stück, ja, ja. Soll ich anfangen? Ja, komm, machen wir das erste auf. Okay, komm. So, erstes Playerpick im Jahre FIFA 21. Oh. Ja, Ibrahimovic in Form. Der Rest gefällt mir jetzt nicht so. Einen nochmal Ibra mit 85, Jakob. Ibracadabra. Also Rashford oder Dings, wäre krass. Rashford oder Werner, ansonsten. Okay. 3, 2, 1. Go, Alter. Komm schon. Peace. Oh, Werner. Leider. Timo, Werner. Let's go, Alter. Das ist krass. Welche Stelle war der? Letzte Stelle kam der. Oha. An letzter Stelle. Ich guck nur 81, 76. Und da ist der Timo Werner, Junge. Da ist mein Zapp. Ai, 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 ai. Boi, der rot sich der schon leise hat der schon. Ja, der sieht echt. Er ist echt leise. Okay, was hast du? Ich hab Anthony, Boalevi, Kudusch und... Der einzige, den ich kenne, Mann. Ey, come on, Mann. Ich komm mir so scheiße vor, gerade. Egal, komm, Nächstes. Bist du dabei? Ja, komm, drück. Komm, ist noch Rashford. Gib mal einen jetzt. Oh, Müller. Müller? Thomas. Ozyment. Ja, Ozyment, 80er. Bin ich dabei. Ozyment, nehmt, ist okay. Das sind alle Tommy. Ja, also würde ich sagen, hat gegönnt dir beim ersten Mal. Werner, Ozyment, Ozyment. Ist der, nee, Rashford ist Mehrwert, ne? Ja, Rashford ist durch 200 Gramm Mehrwert. Also, wir machen es jetzt so, wir öffnen beide unsere 100-K-Packs gleichzeitig. Und dann gehe ich über ins Shareplay, weil das will ich mich nicht hingehen lassen. Um Auge zur Sache zu machen. Ja, natürlich. Boa, es reicht jetzt langsam mit deinem Pack lang. Willst du mich eigentlich verarschen, Maradona, Werner? Ja, komm, 100-K-Packs jetzt, Stefan. Ja, gib mal einen Walkout und ich bin ruhig. Ich mach keinen Auge mehr. Let's go. Komm schon. Erstens 100-K-Pack. Kein Walkout. Kommt nicht mal raus, was? Spanien? Was, der kommt nicht raus bei dir? Nein. Ich hab ein bisschen verfahren. Das ist ein 80er Sergio Herrera. Aber da könnte jetzt mal irgendwas hinter sein. Ach du Scheiße. Das ist nur Kacke, Alter, bei mir. Boa, sieh ich? Sieh ich, sieh ich? Wie viel ist der Wert? 40, 30 K noch. Werden wir mal mit? Joe Felix. Das ist auch nochmal 10. Ja, 2 K noch. Ich hab 2 Informs drin. Ansonsten aber auch nur Müll. So, das zweite und letzte 100-K-Pack, bevor es zu den ganz dicken Fischen geht. Let's go. Komm schon. Please. Ein Walkout. Einmal dieses Gefühl heute haben. Einmal. Lampe aus. Nein. Kommt raus. Kommt bitte. Deutschland. Ah, Torwart. Ah, Frankfurt. Frankfurt. Ich hab 480er, geil. Trapf, trapf, trapf. Dann haben die 125er mehr gegönnt. Oh, Gomez und Cancelo und Zaha. What the fuck, man? Bro. Hier sind 83er drin. Einmal Gomez, Innenverteidiger, 100 K. Was? Einmal Joao, Cancelo. Ja, okay. Ich dachte, der wäre was wert. Aber nochmal Zaha. Was ist der wert? Auch nochmal 15 K. Ja, 10 K. Boah, aber Gomez nehme ich mit. Boah, was ist der Wert, Gomez? 100 K noch. Was? Boah, ich hab Rodrigo drin noch gehabt. Der ist 20 K. Das ist nur Scheiße. So, wir kommen zum allerersten Dreier-Inform-Set, ey. Ja, Mann, Alter. Irgendweder Rashford-Werner oder Depay wäre schon nice. Aber sonst ist halt auch noch Müll drin, ne? Parejo auch noch wieder Walkout. Ei, ei, ei. Bro, Walkout muss auf jeden Fall jetzt kommen. Ja, ich bin gespannt, ob die gönnen werden oder nicht. Bisher haben wir ja die Player-Picks gegönnt und die Rival-Sets. Okay, let's go. Wir starten rein ins Erste. Komm mal. Boah, einfach England, Digga. Deutschland, England. Ach, geil. Kein Walkout war das, ne? Das war gar kein Walkout. Frankreich? Scheiße. Hä? Was ist das denn? Amavi? Ach, die Scheiße. Oh mein Gott. Das startet schon mal gut rein hier. Amavi, da kann da gar nichts mehr hinter sein. Was soll da hinter sein? Boah. Ihr habt nicht in den Player-Picks, Mann. Ihr bohrt mit dem Mikey. Levi, aber der falsche Lewandowski. Ja. Ach, die Scheiße. Jetzt, ey. Wenn das Erste kein Walkout ist, ist das immer ekeler. Wenn das Zweite jetzt auch nicht ist, ist das ja Schweinerei, ey. Bro, gib mal jetzt, ey. Für die Motivation muss wenigstens ein Walkout kommen. Jetzt muss wenigstens ein Walkout kommen, Mann. Gönnen Walkout. Komm schon. Und? Jawohl. Ach du Scheiße. War kein Walkout. Parejo. Ja, da ist er, oder? Ne. Ach du Scheiße, Alter. Was? Oder nie wieder lasst du die Shareplay rein, Alter. Ich hab kein Auge gemacht. Ich, 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 ich bin da nicht so... Ey, was ist das denn, Alter? Ey. Hätte ich sollten... Oh Gott. Wofür holt man denn der Liter 1, Alter, für so einen Scheiß, ey? Da bringen wir am Ende dann wirklich die 100-K-Packs mehr. Nicht mal Depayra Delaney oder Müller oder sowas. Was ist das denn? Leute, das war's dann an dieser Stelle von dem Video. Hat am Anfang gut reingestartet, am Ende leider nicht so gut ausgeklungen bei mir. Aber ich bin zufrieden. Komm, mit Werner kann man zufrieden sein. Ja, du hast schon krasse Sachen gezogen, man. Du hast schöne Walkouts und so. Du hattest dich wenigstens ein bisschen freuen können. Also, okay, die zwei Sätze am Ende waren scheiß. Champions insgesamt war okay. Mit Werner, klar, war gut. Aber die restlichen Packs, 100-K-Packs, kein einziger Walkout, keiner, der was wert war. Inform-Sets waren Schrott. Das sind ja die Packs, die man da eigentlich am meisten erwartet hat, was da was kochendes kommt. Aber ja. Lasst einen Daumen nach oben da für unsere ersten Rewards, Freunde. Checkt unsere Twitch-Kanäle aus für weitere Streams. Und dann sehen wir uns. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.